Wenn du in einer Praxis arbeiten möchtest, in der eine familiäre Atmosphäre herrscht und nicht nur im Team, sondern auch mit den Patienten, dann bist du hier genau richtig. Du begleitest den Patienten von Anfang bis zum Ende der Therapie, kriegst auch immer ein bisschen mehr Zeit, damit du wirklich eine gute Befundung bei den Patienten machen kannst. Und im besten Falle hast du noch eine Leidenschaft für Sport, aber es ist nicht unbedingt eine Voraussetzung. Wir sind spezialisiert auf orthopädische und chirurgische Krankheitsbilder, auf Sportler und auf Schmerztherapie. Jede Therapeutin hier ist individuell, jede hat ihren eigenen Behandlungsschwerpunkt. Ich bin Vanessa Schiertzen, ich bin die Inhaberin von der Physiotherapeutischen Privatpraxis in Klinik Nordmann. Wenn dir unsere Praxis gut gefällt, dann freuen wir uns, wenn wir dich hier begrüßen dürfen und du mit uns zusammenarbeitest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!